Ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und in dem heutigen Video beschäftigen wir uns mal mit ein paar, ich will nicht unbedingt sagen, unlogischen Dingen, aber Sachen, die man auf jeden Fall näher beleuchten muss oder sollte, beziehungsweise Möglichkeiten, die einfach vorhanden sind, dass man diese einfach nicht auslassen darf. Also das sind halt Momente oder Sachen, wo ich sage, ey, die muss ich definitiv einfach mal hier mit in diesen Raum reinwerfen, weil die schon sehr häufig gefragt wurden, beziehungsweise mich diese Frage auch in den letzten Monaten oder Jahren immer mal wieder begrüßt hat oder zumindest in den Kommentaren und dann will ich direkt mal anfangen. So, die erste Frage kommt von Brate Haslager und er fragt, wieso konnte Doflamingo mit Seesteinketten und seinem ganzen Körper her überleben, obwohl seine Organe durch die Fäden zusammengehalten und er somit dadurch am Leben gehalten wurde? So, ähm, was interessant ist, ist hier natürlich die Sache, Doflamingo ist ein Paramesian-Nutzer, der Sachen erschafft, ja, ähm, das ist wie folgt, er erschafft Fäden und, ähm, wenn er die wahrscheinlich einmal erschaffen hat, also wenn wirklich ein Faden da ist, dann ist das auch ein wirklicher Faden, das ist dann ein Faden wie jeder andere auch und, ähm, das ist ja das, was auch ein Teufelsfruchtnutzer irgendwie auch speziell macht, da, dass Sachen, die er erschafft, nicht, äh, oder nicht wieder verschwinden, ja, wenn er zum Beispiel die Fähigkeit nicht mehr benutzt, klar, es gibt verschiedene Arten von Paramesia-Teufelsfrüchte, zum Beispiel Sugar, hier auch das beste Beispiel, als sie ohnmächtig wurden, sind natürlich, oder ist natürlich ihr ganzer Konstrukt, ja, der ist natürlich in Luft auf, äh, oder einfach geplatzt, ja, also, ähm, die ganzen Spielzeuge haben sich zurückverwandelt, etc., aber es gibt halt auch Paramesia-Teufelsfrüchte, die durch durchgehend existieren, beziehungsweise wo die Fähigkeit durchgehend existiert und ich kann mir einfach vorstellen, dass das bei Doflamingo hier der Fall gewesen ist, ja, zum Beispiel bei Ruffy, hier kann man das vielleicht auch näher beleuchten, Ruffy besteht immer aus Gummi, auch wenn er schläft, auch wenn er ohnmächtig ist, also es gibt verschiedene Arten von Paramesia-Teufelsfrüchte und bei Doflamingo wird es wahrscheinlich dann einfach so gewesen sein, dass er hingegangen ist, diese Fäden erschaffen hat und die Fäden dann einfach existiert haben, er hat seine Organe zusammengehalten, beziehungsweise gepflegt, ja, und die Fäden waren dann da, das heißt nämlich zum Beispiel, äh, ganz einfach, dass er die Fäden die ganze Zeit dann in sich getragen hat, denn, äh, nach diesem Gamma-Knight von Law hat Doflamingo auch noch die ganze Zeit gegen Ruffy gekämpft und, äh, darüber hinaus, da war er auch irgendwie kurz mal ohnmächtig, höchstwahrscheinlich unten war er ja kurz ohnmächtig, als Ruffy ihn besiegt hat, da war dasselbe, dort hätte es auch passieren können, dass dann theoretisch die Fäden weg gewesen sind, sind sie aber nicht, weil die Fäden wahrscheinlich von Doflamingo, ähm, ähm, fertig gesetzt wurden sind, ja, sie waren dann, die waren Teil Materie in dieser Welt, also, die haben dann existiert und, äh, die verschwinden dann nicht einfach, ähm, klar, jetzt könnte man auch so argumentieren, ey, der Birdcage hat sich hier auch zurück, äh, verwandelt oder zurückgebildet, wie auch immer, ich glaube, der Birdcage war eher eine Sache, der, den muss man halt aufrecht erhalten, weil, ein lockerer Faden halt, ja, der sagt einfach, äh, in sich zusammen, so könnte man das argumentieren, aber ich verstehe definitiv die, äh, Bedenken oder einfach der Gedanke dieser Tatsache, dass das vielleicht eine, äh, logische Sache sein könnte, ja, auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, und, das geht eigentlich immer in einem, äh, Manga, ey, es ist ein fiktionales Werk, ja, es ist One Piece, deswegen nicht alles so ganz engstirne Szenen, wobei ich hier Eiichiro oder, ähm, mit einer der, wohl mit am präzisesten oder am logischsten, äh, handelnden Mangakas finde persönlich, zumal hier bei so einem riesigen Werk wie One Piece, finde ich das, aber die Frage ist, durchaus berechtigt, also so könnte ich es mir erklären, anderfalls ist es einfach Plot, ja, ähm, falls euch da irgendwie was anderes rein, einfällt da, einfach mal in die Kommentare damit, und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur nächsten Frage. Die nächste Frage kommt von Kai und er fragt, wie erhitzt Oven eigentlich das Wasser? Ich meine, sobald seine Hände das Wasser berühren, sollte er doch schwächer werden, und das ist eigentlich vollkommen korrekt, aber, ähm, Teufelsfruchtnutzer sind da ein bisschen komisch, ja, und das habe ich selber auch noch nicht so ganz durchschaut, ja, ich nenne einfach mal ein paar Beispiele, ja, Ruffy, nach den zwei Jahren, wo er, wo die halt gegen den, äh, hier gegen Sudomei gekämpft haben, gegen diesen riesen Kraken da im Wasser, hat Ruffy auch seine Elephant Gun da ausgepackt, unter Wasser, er hat zwar gesagt, dass er ein bisschen schwächer, äh, ist, ja, wegen dem Wasser, aber, äh, es war auch eine riesige Faust, ja, ähm, und eine andere Sache, äh, zum Beispiel, Kusan, ja, genau dasselbe, ja, er wurde, äh, oder er ist ins Wasser geflogen, und, äh, dann hat er sich auf einmal aufgebaut, obwohl er, äh, offensichtlich Kontakt mit Wasser hatte, so, ich kann mir das so vorstellen, dass es eine gewisse Schwächegrenze gibt, und dass man gewisserweise, vielleicht mit Haki oder auch mit einem gewissen Training, sich diesem Fluch des Wassers widersetzen kann, wir wissen ja, dass Teufelsfruchtnutzer durch Wasser geschwächt werden, ja, einfach gelähmt werden, was wir aber auch wissen ist, die Teufelskraft an sich wird nicht ausgeschaltet, also, er kann die trotzdem noch benutzen, also, die Teufelsfrucht, die schaltet sich an für sich nicht aus, sondern einfach, der Körper ist einfach nur gelähmt, ja, wir haben dafür etliche Beweise gehabt, der, beste, das beste Beispiel hier, einfach Ruffy unter Wasser auf dem, oder beim, beim Arlong Arc, ja, wo er gegen Arlong gekämpft hat, und, äh, dann unter Wasser da war, wo die ihm am Kopf da aus dem Wasser gezogen haben, obwohl er halt unter Wasser war, also Teufelsfrüchte oder Teufelsfruchtnutzer behalten ihre Fähigkeiten, selbst wenn sie unter Wasser sind, nur der Körper ist halt einfach gelähmt, und, äh, hier ist so eine Sache, ich kann mir einfach nur vorstellen, das kann man mit Training, ich sag mal, bewirken, ja, dass man, je nachdem, er war ja jetzt nur mit den Händen im Wasser, ja, dass das kein, so riesen, ähm, so eine riesen Wirkung oder so eine riesige, äh, so ein riesiger Kraftentzug mit sich gebracht hat, ja, dass er, als er nur mit den Händen im Wasser war, ich meine auch, als Poundoven dort angegriffen hat, ja, beziehungsweise angreifen wollte, er hatte bestimmt als Ziel gehabt, ihn schon ins Wasser zu pushen, ja, oder zu schubsen, wie auch immer, oder zu schlagen, wie auch immer, aber, äh, das nur mit zwei Händen, das ist so eine Sache, das ist eine Glaube, oder das ist so eine Grauzone, ja, Brook zum Beispiel, er rennt auch übers Wasser, er berührt das Wasser auch ein bisschen und ich kann mir auch vorstellen, gerade bei Oven, da er die Hitzefrucht hat, dass, das Wasser unmittelbar um seinen Händen, dass das einfach verdampft, dass das kein wirkliches Wasser mehr ist, dass das stets einfach verdampft und dass da dann Effekt, oder der gewisse Effekt, dass man gelähmt wird, einfach viel schwächer wird, weil Oven, der hat ja keine einzige Mine verzogen, also nicht mal gesagt, dass er irgendwie schwächer wird oder so, er hat einfach die Hände reingemacht und, äh, das Meer dann kochen lassen, also das war schon, äh, nicht vielleicht, aber, ähm, definitiv eine Sache, die man hier einfach mal ansprechen, beziehungsweise klären sollte, weil das eine Sache ist, die definitiv Diskussionsbedarf hat und natürlich auch irgendwo vielleicht ein bisschen unlogisch ist und, ähm, ich muss einfach mal gucken, vielleicht gibt's da in Zukunft mehr Informationen, dass man hingeht und das Echero oder sagt, okay, diese Thematik nehme ich mir mal an, die erkläre ich euch mal, zum Beispiel in einem Fanbrief, oder in einem Interview oder so, dass man das zum Beispiel auch mit dem Rüstungshaki einfach ein bisschen eindämmen kann, ja, dass man mit dem Rüstungshaki hingehen kann und sagen kann, jo, äh, anhand des Rüstungshakis oder wegen des Rüstungshakis hat das Wasser eigentlich mal eine ganz so krasse Wirkung auf einen Teufelshochnutzer, das ist etwas, was ich sehr interessant fänden würde, ja, gerade wenn wir uns mal die Situation mit Ruffy und dem Kraken anschauen, ja, Ruffy hat ja den Arm hoch rausgestreckt, äh, hat ihn aufgepustet und hat dann gesagt, oh, das ist schwach, ich bin sehr schwach oder das Wasser, ähm, macht mich schwächer und dann hat er das Koka eingewendet, also das Hardening hat er dann angewendet und dann hat er auch Surome, äh, weggeklatscht, ja, ähm, vielleicht hat das da mit einen Grund, ja, vielleicht spielt sogar auch das Königshaki eine wesentliche Rolle, dass man ja sagen kann, jo, je nachdem wie stark man dieses Königshaki drauf hat, desto eher ist halt die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Fluch des Meeres aufgrund oder gegen eine Teufelsfrucht, dass der immer schwächer wird, also, da kann man wirklich sehr viel, ich sag mal, drüber diskutieren oder drüber reden, da gibt's einige Möglichkeiten und, äh, ich wäre persönlich auch sehr offen für jeweils einer dieser Möglichkeiten, müsst ihr einfach mal abwarten, was die Zukunft so bringt, was haltet ihr davon? Schreibt's natürlich gerne in die Kommentare und dann kommen wir direkt zur letzten Frage. Die letzte Frage kommt von Shanksol3 und er fragt, wenn Ruffy trotz Seestein nicht seinen Gummikörper verliert, sprich, wenn nur der Körper indirekt, äh, gelähmt ist, sollte er doch mit Leichtigkeit sich befreien können, na, er ist ja nicht ganz außer Gefecht und, äh, wie der Kollege das meint, das erkläre ich euch mal ganz kurz, wenn Ruffy Seestein Handschellen anhat, wir wissen, Ruffys Körper ist trotzdem noch Gummi, auch wenn er diese Handschellen anhat, dann könnte Ruffy doch theoretisch, gerade weil er so dehnbar und elastisch ist, sich selber befreien, wenn er durch diese Seestein Handschellen sich trotzdem bewegen kann und das hat er jetzt in den letzten Kapiteln gezeigt, er kann sich bewegen, das heißt, dass Ruffy sich theoretisch auch eigentlich selbst befreien könnte, indem er einfach seine Elastizität oder seinen Gummi an und für sich, äh, ausnutzt, ja, indem er zum Beispiel seine linke Hand nimmt, ja, und damit seine rechte Hand zerquetscht oder eindrückt und dann könnte er quasi durch diese Handschelle seine Hand durchdrücken, ja, weil er halt einfach so, äh, Gummiartig ist und das ist etwas, das ist komplett richtig, also, ähm, deswegen können eigentlich, oder könnte Ruffy eigentlich sofort und wenn er das möchte, fliehen, ja, weil er, oder weil sein Körper einfach immer noch Gummi ist und, äh, er sich an für sich ja aktuell bewegen kann, das haben wir ja gesehen, also, sehr, sehr interessante, äh, ich sag mal, Auffassung hier, oder sehr interessante Gedanken hier definitiv und, äh, sich denn an für sich ist immer noch ein riesiges Geheimnis und da müssen wir einfach mal abwarten, wann wir diese ganzen Geheimnisse endlich mal gelüftet bekommen, weil diese ganzen Thematik ja relativ kompliziert sind, aber, ähm, ich persönlich finde vor allem jetzt hier das letzte oder der letzte Punkt, ja, mit Ruffy und den Seesternhandschellen, dass er sich theoretisch befreien könnte, das ist einfach true, ja, das müsste eigentlich so funktionieren. So, jetzt meine Frage an euch, was denkt ihr? Glaubt ihr, Ruffy, könnte sich dann theoretisch selber befreien oder, äh, gibt es da irgendwie andere, ich sag mal, Voraussetzungen für, oder ist das doch eher unlogisch, ja, heute mal ein bisschen über unlogische Sachen im Allgemeinen, ja, hab ich mir extra mal ein paar Sachen rausgesucht, die ihr als Frage gestellt hattet und, äh, falls jetzt noch mehr Fragen für einen weiteren oder für den nächsten, äh, ich will jetzt nicht Podcast sagen, weil es war relativ kurz, fürs nächste Video, äh, haben, äh, habt, ja, schreibt diese natürlich gerne in die Kommentare mit dem Hashtag Frage und dann weiß ich direkt, dass es sich hierbei um eine Frage handeln würde und ein bisschen Glück seid ihr dann im nächsten Video auch dabei. So, da bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich wünsche euch allen noch einen entspannten Tag, heute Abend gibt es noch ein Video, ja, weil ich die letzten zwei Tage nicht hochgeladen hatte, war ein bisschen beschäftigt und, äh, dann bin ich jetzt raus, wünsche euch allen einen entspannten Tag, macht's gut, haut rein, einmal Hashtag OnePeace, falls ihr bis hierhin geschaut habt, haut rein, ciao und tschüss.